In diesem Video sprechen wir über zwei brandaktuelle Studien zum Thema Autismus. Welche dazu geeignet sind, die Emotionen meiner autistischen Zuschauer und vor allen Dingen autistischen Zuschauerinnen hochkochen zu lassen. Ja, diese beiden Studien, diese beiden Paper aus dem Jahre 2024, also noch ganz druckfrisch, die ich euch hier mitgebracht habe, sind wirklich äußerst interessant. Im ersten Paper geht es um die Frage oder vielmehr die Feststellung, denn das war die Feststellung, das war das Resultat dieser Studie, dass Autismus bei Mädchen und Frauen scheinbar weniger genetische Einflüsse zu haben scheint als Autismus bei Jungen und Männern. Und in der zweiten Untersuchung ging es um die Frage, ob eigentlich das Thema Masking Autismus exklusiv ist oder ob nicht vielleicht auch andere Menschen ohne Autismus zum Maskieren neigen. Und in dieser zweiten Untersuchung wurden Autisten mit Personen, die ein ADHS diagnostiziert bekommen haben, verglichen. Ja, und was daraus kam, das seht ihr in diesem Video. Bleibt also auf alle Fälle ganz bis zum Ende dran. Ja, bevor es losgeht, vielleicht noch ein, zwei Sätze zu mir. Wer bin ich überhaupt? Warum interessiere ich mich für das Thema Autismus? Warum mache ich darüber Videos? Mein Name ist Tom Harrendorf. Ich bin selbst mehrfach klinisch diagnostizierter Asperger-Autist. Das heißt, ich selber habe eine sogenannte Autismus-Spektrum-Störung, befinde mich selbst im Autismus-Spektrum. Gleichzeitig bin ich seit nunmehr ca. 15 Jahren Leiter einer Selbsthilfegruppe für autistische Erwachsene in einer Autismusambulanz. Ich befinde mich derzeit in der Ausbildung zur Fachkraft für verschiedene Behinderungen, also in der Ausbildung zum Heilerziehungspfleger. Ich bin Coach, Berater für diejenigen, die meine Dienste in Anspruch nehmen wollen und denen ich auch helfen kann. Das ist ja nicht immer gleich gesagt. Ich bin außerdem Gründer des Internet-Magazins Autismus-Spektrum.info, wo ihr kostenlos und ohne Anmeldung Fachartikel zum Thema Autismus von vielen, vielen namenhaften Experten finden könnt. Und demnächst veröffentliche ich auch mein erstes Buch zum Thema Autismus. Ja, sprechen wir aber über die beiden Paper, sprechen wir über die beiden Studien. Die erste Studie hat, ich habe es gerade schon angeteasert, die Frage untersucht, ob eigentlich die genetischen Einflüsse bei Mädchen und Frauen und bei Jungen und Männern mit Autismus gleich sind. Oder ob es da eventuell Unterschiede gibt. Die Studie aus dem Jahre 2024 von Sandin et al. fand dabei heraus, dass Autismus bei Frauen und Mädchen nur in Häkchen zu 75,7% erblich zu sein scheint. Der Rest scheinen Umweltfaktoren zu sein, die hier zur Entstehung von Autismus beitragen. Und bei Jungen und Männern sind es ganze 87%, wo die erblichen Einflüsse bei der Entstehung von Autismus beitragen. Es wurde in dieser Untersuchung eine relativ große Stichprobe untersucht. Und zwar von insgesamt einer Million Kinder, von denen freiwillig nicht alle Autismus hatten. Trotzdem wurden tausende Kinder mit der Diagnose auf Autismus hier untersucht. Und man hat geschaut, wie viele Fälle von Autismus kommt denn zum Beispiel in den Stammbäumen, das heißt in der Verwandtschaft dieser hier mit Autismus diagnostizierten Kinder vor. Und hat dann eben einen Rückschluss gezogen auf den Einfluss, auf den genetischen Einfluss, auf die Entstehung von Autismus. Ja, und man hat hier eben auch festgestellt, das auch nochmal, um das hier deutlich zu sagen, dass eben bei Mädchen und Frauen mit Autismus weniger Menschen mit Autismus sich in der Verwandtschaft, das heißt in der Familie zu befinden scheinen. Die Kinder, die männlichen Kinder, das heißt die Jungen mit Autismus, haben sehr viel mehr weitere Autismusfälle auch in der eigenen Familie. Ja, und daraus hat man dann eben geschlossen. Deswegen eine weitere statistische Verrechnung natürlich mit einbezogen, wo man auch eventuelle Störfaktoren mit verrechnet oder herausgerechnet hat, ist man eben zu dem Entschluss gekommen, dass der genetische Einfluss bei jungen Männern sehr viel geringer zu sein scheint. Zumindestens in einem deutlich statistisch signifikanten Maße. Das finde ich erst etwas Interessantes, muss ich sagen. Ich selbst wusste von dieser Studie noch nichts. Als Erklärung, also in der Diskussion, haben Sandin et al. in der Studie angegeben, dass die Faktoren, die bei Mädchen und Frauen zu Autismus führen, eventuell andere sein könnten als bei Jungen und Männern. Dass es hier eventuell auch deutlich mehr und eventuell sogar andere Umwelteinflüsse geben könnte. Ich persönlich, und das ist jetzt meine eigene Perspektive, meine Diskussion, meine Meinung zu dieser Studie, könnte mir allerdings auch noch ganz andere Gründe feststellen, warum in dieser Studie herausgekommen ist, dass der genetische Einfluss bei Mädchen und Frauen, wenn Autismus diagnostiziert würde, geringer ist. Möglichkeit Nummer 1, die ich hier in die Diskussion mit einbringen würde, und das ist der Punkt, wo jetzt eventuell die Gemüter, die Emotionen hochkochen könnten, bei dem einen oder anderen Zuschauer oder bei der einen oder anderen Zuschauerin. Aber es ist ein möglicher Erklärungsansatz, nämlich, dass Autismus bei Mädchen und Frauen häufiger eine falsch positive Diagnose ist, als bei Jungen und Männern mit Autismus. Und weil dann in diesem Fall vielleicht Autismus bei Mädchen und Frauen häufiger falsch positiv diagnostiziert wird, man dementsprechend natürlich auch nicht die zu erwartend hohe Menge an Autisten im Familienumfeld findet. Wäre eine mögliche Erklärung für diesen statistischen Effekt, den man in der Studie hier gefunden hat. Und nochmal, ich sage nicht, dass es unbedingt so ist. Ich nenne hier nur, ja, in autistischer Sachlichkeit einen möglichen Erklärungsansatz, der mir hier noch einfällt. Erklärungsansatz Nummer 2, der mir hier einfällt und den ich auch sehr plausibel finden würde. Dass einfach ganz, ganz viele der Gene, die Autismus begünstigen, sich auf dem X-Chromosom befinden. Naja, und wenn es dann zu einer Weitervererbung von Autismus kommen würde, zum Beispiel, wenn einer der beiden Elternteile autistisch ist oder vielleicht sogar beide Eltern autistisch sind und dann eben, wie gesagt, ganz, ganz viele Risikogene für Autismus auf dem X-Chromosom liegen, würde natürlich, wenn dann der Nachwuchs weiblich wird, dieser Genpool, sage ich einmal, verdünnt werden, indem, das wissen wir ja alle, eben anstatt zwei X-Chromosomen, wo sich viele autistische Gene befinden, ein Y-Chromosom mit vielleicht deutlich weniger autistischen Genen weitervererbt wird. Und das würde alleine auf diesem Wege schon den genetischen Einfluss auf Mädchen und Frauen hinsichtlich Autismus reduzieren. Da müsste man jetzt gar nicht so weit gehen und sagen, es sind andere Mechanismen, die bei Mädchen und Frauen zu Autismus führen. Es gibt mehr oder andere Umweltfaktoren bei Mädchen und Frauen. Nein, alleine die Tatsache, dass vielleicht viele der autistischen Gene auf dem X-Chromosom liegen, könnte meiner persönlichen Meinung nach diesen statistischen Effekt erklären. Ja, alles in allem, ich finde die Ergebnisse spannend, ich finde die Ergebnisse wichtig. Schreibt natürlich eure Meinung zu diesem Thema und zu der Studie, die ich euch hier gezeigt habe, sehr, sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ja, dann habe ich ja noch über eine zweite Studie hier gesprochen, die ich euch vorstellen möchte. Ich habe sogar schon mal darüber nachgedacht in der Vergangenheit, mal so eine Art YouTube Newsletter rauszubringen, wo ich immer mal wieder neue Studienergebnisse hinsichtlich Autismus besprechen möchte und euch vorstellen möchte. Es werden tatsächlich relativ viele Studien zum Thema Autismus veröffentlicht. Wie würdet ihr das finden, wenn es so ein Newsletter geben würde? Ich finde zumindest den Gedanken relativ spannend. Ich sehe aber auch bestimmte Gründe, das nicht zu tun, sage ich ganz ehrlich, denn nicht alle dieser Studien sind relevant. Das ist Punkt 1. Punkt 2, nicht alle dieser Studien sind gut gemacht. Und Punkt 3, viele Studien widersprechen sich ja auch untereinander. Neuere Studien widersprechen häufig älteren Studien. Und im Endeffekt hat eine Studie eigentlich fast nie die alleinige Deutungshoheit noch nicht einmal über das eng und grenzte Thema, was dort untersucht wurde. Im Endeffekt braucht man immer eine große Masse von Studien, die in ein und dieselbe Richtung deuten, um zu sagen, ja, das hat eine gewisse Aussagekraft. Und ja, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das natürlich in der, sage ich mal, Wissenschaftskommunikation, auch gegenüber einer breiteren Öffentlichkeit hier auf YouTube, dass das natürlich so ein bisschen untergehen könnte. Und dass es dann immer so aussieht, aha, da sind ein oder zwei Studien jetzt neu rausgekommen und die haben jetzt die absolute Wahrheit gefunden. So nach dem Motto, weil das wäre dann ja auch der Sinn und Zweck eines Muse-Magazins in dieser Hinsicht. So ein bisschen nach dem Motto, was neuer ist, ist immer besser. Und das ist definitiv nicht so. Ja, aber schreibt auch dazu gerne eure Meinung in die Kommentare. Genau, und diese zweite Studie, das habe ich euch schon gesagt, zum Thema Masking bei Autismus. Ist Masking eigentlich ein autistisches, ja, ein Autismus-exklusives Phänomen oder maskieren eventuell auch andere Leute in der Gesellschaft? Genau, diese Studie von Putin et al., auch aus dem Jahre 2024, hat dabei von Autismus Betroffene verglichen mit Personen aus dem ADHS-Spektrum und ja, diese beiden Personengruppen wiederum verglichen mit völlig, oder ja, angenommen, völlig neurotypischen Personen, von denen man nicht weiß, dass die ADHSler oder Autisten sind. Ergebnis der Studie war, nein, Masking ist definitiv kein Autismus-exklusives Phänomen. Auch Personen mit ADHS maskieren. Allerdings, das hat die Studie auch gefunden, in einem geringeren Maße als Menschen mit Autismus. Ja, und das ist die große Überraschung, auch nicht autistische Menschen maskieren. Wie ordne ich das ein? Was ist meine Diskussion, meine Interpretation, mein Senf, ja, um mal dem Volke nach dem Munde zu reden, hier an dieser Stelle zu dieser Studie, zu diesen Studienergebnissen, ich finde es erstmal nicht völlig überraschend. Ich gehe davon aus, dass grundsätzlich alle Menschen maskieren und dass alle Menschen auch eine Tendenz dazu haben, Andersartigkeiten, die von der Gesellschaft als negativ wahrgenommen werden, zu maskieren, zu versuchen, unsichtbar zu machen, zu überspielen. Nicht in allen Fällen, aber natürlich in vielen oder gar den meisten Fällen. Menschen mit ADHS sind anders, verhalten sich anders, wirken anders als Menschen ohne ADHS. und insofern überrascht es mich auch nicht, dass auch ADHSler maskieren. Ich glaube aber, dass die Andersartigkeit bei Autismus vielleicht noch größer ausfällt, dass Autisten vielleicht häufig noch negativer auf ihr Umfeld wirken als Menschen mit ADHS. Es soll keine Pauschalisierung sein, aber Autismus betrifft ja in den Kernsymptomen das soziale Miteinander. Auch Menschen mit ADHS haben häufig ein verändertes soziales Verhalten, aber natürlich selbstverständlich in einem weitaus geringeren Maße als Menschen mit Autismus, weil es bei Autismus eben im Endeffekt die Kernsymptome sind. Und deswegen glaube ich, dass Menschen mit Autismus eine nochmals stärkere Neigung dazu haben, zu maskieren, ihre autistischen Eigenarten zu überspielen. Ich glaube aber, und das ist eine ganz, ganz wichtige Message, vor allen Dingen auch, weil ja auch gerade in den sozialen Medien immer so ein bisschen die Autisten gegen die Nicht-Autisten ausgespielt werden. Ja, auch nicht-autistische Menschen, völlig neurotypische Menschen maskieren, auch völlig neurotypische Menschen haben Eigenschaften oder gar Makel, für die sie sich schämen, für die sie ausgegrenzt werden, von neurotypischen Menschen, anderen neurotypischen Menschen, aber auch von autistischen Menschen. Ich habe hier in letzter Zeit schon viele Videos darüber gemacht, dass ja auch innerhalb der autistischen Communities häufig sehr missgünstig, sehr abwertend über nicht-autistische Menschen gesprochen werden, dass da auch Schimpfbegriffe herangezogen werden. Muggel zum Beispiel wirkt erstmal harmlos, ist und bleibt aber ein Schimpfbegriff. Ja, und auch nicht-autistische Menschen, vielleicht auch wenn sie nur Schönheitsmakel haben, ja, sehen sich dazu genötigt und leiden unter ihren Makeln und Maskieren. Ja, vielleicht stimmt das auch nochmal den ein oder anderen aus dem Autismus-Spektrum oder den ein oder anderen aus dem ADHS-Spektrum etwas versöhnlicher, also mit dem ganzen Thema Masking und natürlich auch dem empfundenen und vielleicht auch tatsächlichen Masking-Druck. In der Studie wurde übrigens auch angesprochen, dass das Masking autistischen Menschen hilft, dass es ihnen schon Vorteile bietet und deswegen dieses Masking ja überhaupt verwendet wird, obgleich, das wurde nachgeschoben und das ist natürlich auch richtig und wichtig, das anzusprechen, das Masking-Verhalten sehr, sehr kräftezehrend ist und deswegen ja dieses Masking-Verhalten ja auch in der Kritik steht. Zumindestens und da gehe ich voll und ganz mit, wenn es sich um wirklich, ja, dysfunktionales Masking handelt, wo das Aufwandsertragsverhältnis wirklich überhaupt nicht mehr gegeben ist. Aber schreibt auch eure Meinung zu der zweiten Studie und generell zum Thema Masking sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich lese das immer sehr, sehr gerne. Ich bin gespannt auf die Diskussion. Abschließend hoffe ich euch mit diesem Video, ja, einfach ein bisschen inspiriert zu haben, informiert zu haben, unterhalten zu haben. Ich freue mich natürlich, wenn ihr dieses Video ganz bis zum Ende geschaut habt und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr sagt, yo, die Aufbereitung dieser zwei Studien hat mir gefallen, die Studien als solches, die Auswahl hat mir gefallen und deswegen lasse ich gerne ein Abo da, wenn ich es noch nicht getan habe. Ja, und wenn ihr mich und dieses ganze YouTube-Projekt sogar unterstützen möchtet, könnt ihr von Herzen gerne auch Kanalmitglied werden. Einen Link zur Kanalmitgliedschaft findet ihr in der Videobeschreibung. Damit unterstützt ihr natürlich nicht nur diesen YouTube-Kanal, sondern auch mich als Privatperson. Haltet wie immer die Ohren steif, lasst es euch gut gehen. Ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder zu sehen, oder richtiger gesagt, ich freue mich, wenn ihr mich beim nächsten Mal wieder seht. Haut rein, euer Tom. Das war ja noch nicht, ich freue mich, H Pandemie,